Kapitel 5.3 Konsequenzen und weitere Bibelstellen Die anfängliche Vermutung, dass die zwei Zeugen gleichbedeutend mit dem Haus David und den Bürgern von Jerusalem sind, verdichtet sich zusehends. Wir wollen hier das Ergebnis festhalten und gleichzeitig nochmals zusammenfassen. Wie die zwei säugenden Kühe in 1. Samuel 6 bringen die zwei Zeugen, die Bürger zu Jerusalem und das Haus David, das Heiligtum, das heißt den Heiligen Geist Gottes, von den Nationen zurück ins Heilige Land. Auch die zwei Zeugen waren wie die beiden Kühe schwanger und haben geboren. Sie werden auf dem Berg Zion, dem Stein, 1. Samuel 6, Vers 14, geopfert. Das steht in Offenbarung 11, Vers 8. In Zacharia werden sie uns als zwei Ölbäume vorgestellt. In 1. Könige 7 als die zwei bronzenen Säulen am Haus Gottes, Jachin und Boas. 4. Mose 11 spricht von den zwei Eldat und Medat, den von Gott Geliebten, die im Lager weissagen, begabt mit dem Geist des Herrn. Und die beiden Zeugen werden wie die Adoptivsöhne Jakobs, Ephraim und Manasse, in Ägypten geboren. Jerusalem wird in Offenbarung 11 im Zusammenhang mit den zwei Zeugen ebenfalls als Ägypten bezeichnet. Das sind ganz wunderbare Bilder im Alten Testament auf die zwei Zeugen und ihren Dienst. Auch wenn es alttestamentliche Bilder sind, werden sie gleichsam als Illustration neutestamentlicher Texte durch Gottes Geist verständlich. Kapitel 5.4 Die Pfingstpredigt des Petrus Petrus zitiert in seiner Pfingstpredigt in Apostelschichte 2, Vers 16 folgende den Propheten Joel. Da trat Petrus auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Ihr Juden, liebe Männer, und alle, die ihr zu Jerusalem wohnet, das sei euch kundgetan, und lasset meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht trunken, wie ihr wähnet, Sintemal es ist die dritte Stunde am Tage, Sondern das ist's, was durch den Propheten Joel zuvor gesagt ist, Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, Ich will ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, Und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen, Und eure Ältesten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde Will ich in denselben Tagen von meinem Geist ausgießen, Und sie sollen weissagen, Und ich will Wunder tun oben im Himmel, Und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll sich verkehren in Finsternis, Und der Mond in Blut, Ehe denn der große und offenbare Tag des Herrn kommt, Und soll geschehen, Wer den Namen des Herrn anrufen wird, Der soll selig werden. Petrus zitiert Joel 3, Aber er liest nur bis zur ersten Hälfte von Vers 5. Die zweite Hälfte des Verses 5 erwähnt er nicht, Obwohl dort von der Errettung zu Jerusalem die Rede ist, Und die Geistesausgießung zu Pfingsten Doch gerade in Jerusalem geschah. Warum hat Petrus den Vers nicht zu Ende zitiert? Die Stelle hätte damals doch genau gepasst. Kapitel 5.4.1 Joel 3 Vers 5 Joel 3 Vers 5 lautet wie folgt, Und es soll geschehen, Wer des Herrn Namen anrufen wird, Der soll errettet werden. Bis hierher zitiert Petrus, Und dann fährt der Vers fort, Denn auf dem Berg Zion und zu Jerusalem wird eine Errettung sein, Wie der Herr verheißen hat, Auch bei den anderen übrigen, Die der Herr berufen wird. Das ist eine sehr wichtige Stelle. Im Zusammenhang unserer bisherigen Betrachtungen wird deutlich, Warum Petrus den Vers nicht zu Ende liest. Die Joel-Stelle, Die von der Errettung auf dem Berg Zion Und zu Jerusalem spricht, Deutet auch auf die letzte Zeit Und nicht allein auf die Zeit der Apostelgeschichte. Da diese Dinge noch zukünftig für den Apostel Petrus waren Und auch für uns heute noch sind, Konnte er sie in seiner Pfingstpredigt noch nicht anwenden. Und daher lässt er sie, Geleitet durch den Heiligen Geist, Einfach aus. Hier in dieser Stelle finden wir übrigens Noch einen Anhaltspunkt für die Existenz von Übriggebliebenen, Die auf den Tag des Herrn übrig bleiben werden. Denn Joel schreibt von einer Errettung zu Zion, Zu Jerusalem und auch bei den anderen Übrigen Oder Entronnenen, die der Herr berufen wird. Wir dürfen annehmen, Dass es sich bei den Übrigen um Christen handelt, Die in der Endzeit auch außerhalb von Jerusalem Und vielleicht auch noch außerhalb von Israel Zum Glauben an Jesus Christus kommen werden. Die Verheißung der Wiedergeburt ist zwar nur Jerusalem gegeben, Aber genauso wie sich beim ersten Kommen des Herrn Auch einzelne Menschen aus Jerusalem, Ja sogar aus den Nationen bekehrten, Wird sich in der letzten Zeit auch noch ein Teil der Menschen Aus dem judäisch-israelischen Umland bekehren. Und es sind wahrscheinlich auch noch etliche Christen In den Völkern dieser Welt vorhanden, Die ebenfalls noch zum Glauben kommen Und mit entrückt werden. Denjenigen, die sich in der letzten Zeit Im judäisch-israelischen Umland Zu Jesus Christus bekehren werden, Sagt der Herr in Matthäus 24, Vers 15 Diese kleine Schar in der Endzeit Flieht dann in die judäische Bergwüste Und versteckt sich dort dreieinhalb Jahre lang. Sonst würde sie auch von dem Tier aus dem Meer Bei seiner Schlacht gegen die zwei Zeugen In Jerusalem umgebracht Und dann bliebe wirklich niemand mehr lebend übrig Bis auf den Tag der Entrückung. Hiervon handelt wiederum Offenbarung 12. Aber diese Verse in Offenbarung 12 Sollen Thema eines gesonderten Kapitels sein, Weil es ein sehr fremdartiges Bild ist, Für dessen Verstehen unter anderem Weitere historische, geografische Und vor allem biblische Kenntnisse Vonnöten sein werden. Kapitel 5.5 Urim und Tumim Wer sind Urim und Tumim? Das war eine unserer Anfangsfragen. Wir haben gesehen, dass Urim und Tumim Die beiden Zeugen symbolisieren, Die in Offenbarung 11 vorgestellt werden. Und wir haben gesehen, dass die beiden Zeugen Tatsächlich zwei Volksgruppen aus dem Volk Israel sind, Die aber gleichzeitig auch zur Neu-Testamentlichen Gemeinde gehören, Weil sie wiedergeboren sind. Diese beiden Volksgruppen sind Das Haus David und die Bürger zu Jerusalem, Wie sie in Sahaja 12 genannt werden. Das Haus David und die Bürger zu Jerusalem Sind durch den Geist Gottes wiedergeboren Und damit lebendig geworden. Damit gehören sie zur Neu-Testamentlichen Gemeinde Jesu Christi Genau wie wir auch. Und damit sind alle Wiedergeborenen Selbst Urim und Tumim Alle wiedergeborenen Christen Sind Licht und Recht Oder Erleuchtung und Gerechtigkeit Nämlich im Geist Gottes in Jesus Christus Und in unserem Vater. Wir sind diejenigen, die durch Gottes Geist und durch Gottes Wort Licht für die Welt sein sollen Und die alleinige Gerechtigkeit in Jesus Christus verkündigen. Paulus sagt aber, dass den Geistlichen niemand beurteilt. Der Geistliche hingegen aber alles beurteilt, Sogar die Tiefen der Gottheit. Wir selbst sind also, sofern wir wiedergeboren sind, Licht und Recht, Urim und Tumim in unserem Herrn Jesus Christus. Was für eine Verheißung und Verantwortung zugleich. Kapitel 5.6 Anhang Kapitel 5.6.1 Historischer Hintergrund der Belagerung Jerusalems Im Jahr 701 v. Chr. wurde Jerusalem von einem General des asyrischen Königs Sanherib belagert. Dieser hatte in den Monaten und Jahren zuvor sehr viele Länder und darunter auch das Nordreich Israel besiegt und deportiert. Auch Judah war besiegt und teilweise deportiert worden. Allein Jerusalem war übrig geblieben. Nun zog der assyrische Feldherr mit 185.000 Soldaten nach Jerusalem hinauf und belagerte die Stadt, die sich seit Monaten auf diese Belagerung vorbereitet hatte. Das ist die ganze Geschichte in Kurzform. Diese Begebenheit ist, bis auf eine weitere, die einzige im Alten Testament, die dreimal erwähnt wird. Fußnote hierzu Es gibt nur noch eine weitere Bibelstelle, die dreimal im Alten Testament vorkommt, nämlich die, die besagt, dass man das Böcklein nicht in der Milch der Mutter kochen soll. 2. Mose 23, 2. Mose 34 und 5. Mose 14. Aber das ist eine andere Geschichte. Jesaja 36, das zweite Buch der Könige und zweite Chronik handeln von der Belagerung Jerusalems unter Hiskia und Sanherib. Offensichtlich war diese Begebenheit Gott sehr wichtig. Aber warum war die Belagerung Jerusalems für die Geschichte Gottes mit seiner Gemeinde und seinem Volk Israel so sehr bedeutsam? Zunächst müssen wir uns etwas Geschichtswissen aneignen. Dazu sammeln wir einige Informationen über assyrische und jüdische Könige wie Sanherib und Hiskia, sowie über das geschichtliche Umfeld der damaligen Zeit. Dies hat zwar keinen Einfluss auf die anschließende Auslegung, hilft uns aber, den Text besser zu verstehen. Kapitel 5.6.1.1 Die großen Weltreiche im Überblick Um das Jahr 2200 v. Chr., ganz genau weiß man das nicht mehr, liegen die Anfänge des Assyrischen Weltreichs. Von dort aus ergibt sich folgende grobe Abfolge der für das Verständnis der Bibel relevanten Weltreiche. Assyrien von 2200 bis 612 v. Chr. Dann kam Babylon ab 612 v. Chr. Dann Medopersien ab 539 v. Chr. Dann Alexander der Große ab 333 v. Chr. Dann die Diadochen und Nachfolger laut Daniel von 323 bis 164 v. Chr. Dann kam das Römische Reich. Erste Anfänge waren ungefähr ab dem 8. Jahrhundert v. Chr. bis ins 5. bzw. 7. Jahrhundert n. Chr. Wir wollen uns zunächst auf die beiden ersten Weltreiche, Assyrien und Babylon, konzentrieren. Beginnen wir dort, wo die ersten assyrischen Herrscher in der Bibel Erwähnung finden, nämlich bei Salmanassar III. Dann sind im Buch verschiedene assyrische Herrscher aufgezählt, vom Jahr 858 bis ins Jahr 721 v. Chr. Dann kommt die Abfolge der sargonidischen Herrscher von 721 bis 731 v. Chr. Und im Jahr 612 wird Nineveh, die Hauptstadt von Assyrien, zerstört und Babylon löst Assyrien als neue Weltmacht ab. Dann folgen die babylonischen Herrscher von 626 bis 484 v. Chr. und damit ist die Liste der assyrischen und babylonischen Könige abgeschlossen. Weiter im Text. Im Jahr 539 v. Chr. wurde Babylon durch den persischen Großkönig Kyrus II. erobert. Dies gilt als das Ende des babylonischen Reichs, das nunmehr vom medischen bzw. später vom medopersischen Reich abgelöst wird. Auf das medopersische Reich folgte dann das Reich Alexanders des Großen, dann die Diadochenkönige und danach kam das römische Reich. Damit befinden wir uns dann wieder in mehr oder weniger bekannten Gewässern, was unser Geschichtswissen angeht. Kapitel 5.6.2 Die Belagerung unter Hiskia Nun haben wir einen ersten groben Überblick, wo wir uns innerhalb der Weltgeschichte bewegen. Die Bibel besteht ja zu großen Teilen aus geschichtlichen Aussagen über tatsächliche historische Ereignisse. Sie ist eben nicht nur Gebetsbuch, sondern ein lebendiges und konkretes Wort an uns. Gott benutzt also tatsächliche historische Ereignisse, die er in sein Wort aufnimmt und anhand derer er die Zukunft beschreibt. Befassen wir uns also nunmehr mit den beiden Hauptakteuren unseres Bibeltextes, Hiskia und Sanherib. Dazu beginnen wir mit Tiglat-Pileser III. und Salmanasser, sowie dessen Feldzug gegen Israel. Tiglat-Pileser III. eroberte im Jahr 733 v. Chr. Syrien und Samaria, deportierte die Rubeniter, die Gaditer und den halben Stamm Manasse und beendete so den Syro-Ephraimitischen Krieg. Davon handelt Jesaja 7. Elf Jahre später, im Jahr 722 v. Chr. zog Salmanasser gegen Samaria, besetzte es und deportierte die israelische Bevölkerung nach Assyrien. Bei einem Angriff im Jahr 713 v. Chr. eroberte Sargon II. auch Judah, sodass die Stadt Jerusalem alleine übrig blieb und Hiskia tributpflichtig wurde. Kapitel 5.6.2.1 Sanherib Im Jahr 705 v. Chr. kam Sanherib an die Macht. Als sich Hiskia im Jahr 701 v. Chr. mit Hilfe der Ägypter gegen Assyrien erhob, ließ Sanherib die Stadt Jerusalem belagern, ohne sie jedoch einnehmen zu können. Während Sanherib gegen die Stadt Lachis zog, einige Kilometer westlich von Jerusalem, sandte er parallel seinen Feldherrn, den Rapschaken, nach Jerusalem. Der Rapschake zog mit großem Gebränge vor die Stadt und schleuderte seine intelligente und gleichzeitig demoralisierende Rede gegen die Eingeschlossenen, die wir uns gleich noch detailliert ansehen werden. Aber es kam nicht zum Kampf. Denn der Rapschake musste unverrichteter Dinge abziehen und kehrte zu seinem König zurück, der mittlerweile Lachis erobert hatte und nun vor der Stadt Libna lag. Als Sanherib wieder nach Hause zog, wurde er dort von seinen beiden Söhnen ermordet, so wie Gott dies Hiskia verheißen hatte. Warum der Rapschake die Stadt Jerusalem, die so wehrlos vor ihm lag, nicht eingenommen hat, ist bis heute historisch nicht geklärt und auch in den Geschichtsbüchern finden sich keine genauen Angaben hierzu. In bibelkommentare.de steht, Sanherib war Sohn und Nachfolger Sargons des Königs von Assyrien. Er überfiel Syrien und Palästina im 14. Jahr der Regierung Hiskias. Hiskia bekannte Sanherib, dass er gefehlt habe und zahlte ihm einen Tribut von 300 Talenten Silber und 30 Talenten Gold. Sanherib hat einen Bericht hiervon auf einer Tontafel hinterlassen. Dort wird unter anderem berichtet, dass er 46 befestigte Städte, sowie die ringsumherliegenden Festungen und Dörfer, die Hiskia und den Juden gehört hatten, eingenommen habe und 200.150 Seelen und zahllose Pferde, Esel, Maultiere, Kamele, Ochsen und Schafe weggeführt habe. Er sperrte Hiskia in seinem Haus in Jerusalem ein, wie einen Vogel in einem Käfig. 2. Könige 18, Vers 13-16 und 2. Chroniker 32, Vers 1-8 Üblich war aber, dass die assyrischen Könige beschrieben, wie sie ihre Feinde auf grausamste Weise lünschten und töteten. Über Hiskia wird lediglich ausgesagt, dass er gefangen gesetzt wurde, was an sich schon nachdenklich stimmen sollte. Was war tatsächlich damals in Jerusalem geschehen? Auch auf bibelkommentare.de steht, Während des zweiten Überfalls sandte Sanherib beleidigende und gottlose Nachrichten an Hiskia, der nach seiner Meinung wieder mit Ägypten im Bund sei. Doch ein Engel Gottes zerstörte das assyrische Heer, wovon die Denkmäler natürlich nicht berichten. Der König kehrte nach Assyrien zurück und wagte es nicht noch einmal in Palästina einzufallen. Später wurde er von zweien seiner Söhne ermordet und Esa-Hadon, ein weiterer Sohn, beerbte ihn. Zweite Könige 18, Zweite Könige 19, Zweite Chroniker 32 und Jesaja 36 bis 37. Offensichtlich regierte Sanherib zusammen mit Sargon, als dieser 713 v. Chr. Judah zum ersten Mal angriff. Von 704 bis 681 v. Chr. regierte er allein. Kapitel 5.6.2.2 Hiskia In bibelkommentare.de steht hierzu König von Judah, erster Sohn und Nachfolger von Ahas. Hiskia tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Er vertraute auf den Herrn, den Gott Israels. Er regierte von 726 v. Chr. bis 697 v. Chr. Hiskia begann seine Regierung mit dem Öffnen der Türen des Hauses Gottes, welches durch die Priester und Leviten gereinigt und wiederhergestellt wurde. Danach rief er die Obersten und es wurden Opfer dargebracht, um das Königtum, das Heiligtum und Judah zu reinigen. Es wurden Lieder gesungen und der König und alle Anwesenden knieten nieder und beteten an. Er lud ganz Israel und Judah ein, um zum Haus Gottes nach Jerusalem zu kommen und dort das Passa zu feiern. Es wurden Einladungen an alle Stämme verschickt, um zu dem Herrn umzukehren und das Passa zu halten. Obwohl viele über seine Boten spotteten, gab es dennoch einen Überrest, der auf die Einladung des Königs einging. Die Freude war so groß, dass sie nach den sieben Tagen der ungesäuerten Brote weitere sieben Tage feierten. Die Folge dieser Anbetung war die Vernichtung der Götzenbilder. Da das Volk Israel die Eerne-Schlange, die Mose nach Gottes Willen in der Wüste angefertigt hatte, mittlerweile zum Götzendienst missbrauchte und sie Nechustan, was Eernes bedeutet, 2. Könige 18, Vers 4 nannte, zerbrach Hiskia sie in Stücke. Und der Herr war mit ihm, überall wohin er zog, gelang es ihm. 2. Könige 18, Vers 7 Wegen der Gottlosigkeit des Königs Ahas hatte Gott die Assyrer gegen Israel in den Krieg geführt. Dessen Sohn Hiskia wehrte sich zunächst entschieden gegen die Unterwerfung und versuchte diese durch Zahlung von Tribut an Sanherib zu verhindern. Doch der König von Assyrien forderte die totale Unterwerfung von Hiskia. Er zog also mit einem großen Heer gegen Jerusalem. Dessen Anführer schmähte nicht nur Hiskia, sondern verhöhnte auch Gott, indem er ihn mit den Göttern der Nationen verglich, die er bereits erobert hatte. Hiskia zerriss seine Kleider, hüllte sich in Sacktuch und ging zum Haus Gottes. Aber Gott schenkte der Stadt Jerusalem Befreiung. Der König von Assyrien hörte in Lachis ein Gerücht von einem Aufstand, zog sich zurück und der Engel des Herrn erschlug 185.000 Assyrer in einer Nacht. Sanherib kehrte nach Nineveh zurück und wurde getötet. Die nächste Begebenheit im Leben Hiskias handelt von dessen Krankheit. Jesaja kam zu ihm, um ihm zu sagen, dass er sein Haus bestellen soll, denn er würde sterben und nicht wieder genesen. Hiskia weinte bitterlich und bat um sein Leben. So durfte er weitere 15 Jahre leben. Obwohl er eine große Befreiung miterlebt hatte, war sein Glaube schwach und er fragte nach einem Zeichen. Gott bewirkte, dass der Schatten auf der Sonnenuhr des Ahas zehn Stufen zurückging. Aber Hiskia huldigte Gott nicht nach all dem Guten, was Gott ihm geschenkt hatte. Er erhob sein Herz und so kam erneut der Zorn Gottes über ihn, über Judah und Jerusalem. Da Hiskia sich mit den Bewohnern Jerusalems demütigte, kam Gottes Zorn jedoch nicht zu seinen Lebzeiten. Berodach Baladan, der König von Babylon, sandte Boten mit einem Geschenk zu Hiskia, denn er hatte gehört, dass Hiskia krank war. Außerdem wollte er sich erkundigen, wie das Wunder des Schattens an der Sonnenuhr geschehen war. Hiskia zeigte ihnen allen seinen Reichtum, musste dann aber die schmerzliche Nachricht hören, dass all das einmal nach Babylon gebracht und seine Söhne zu Hofbeamten im Palast des Königs von Babylon werden würden. Wir lesen, dass Gott ihn verlassen hatte, um ihn zu prüfen, damit er alles erkenne, was in seinem Herzen war. Aber Gott war gnädig und Hiskia scheint das Bewusstsein gehabt zu haben, dass Gott Frieden und Wahrheit in seinen Tagen geben würde. Dann folgen verschiedene Bibelstellen. Kapitel 5.7 Bibelstellen mit dem Thema Wiedergeburt Es folgt eine Liste von Bibelstellen, die von der Wiedergeburt handeln. Kapitel 5.7.1 Altes Testament Kapitel 5.7.1.1 Jeremia 4, Vers 31 Denn ich höre ein Geschrei wie von einer Gebärenden, Angstrufe wie von einer, die in ersten Kindsnöten ist, ein Geschrei der Tochter Zion, die da keucht und die Hände ausbreitet, ach weh mir, ich muss schier vergehen vor den Würgern. In dieser Passage wird deutlich, wie auch in vielen anderen, dass es sich immer um die Tochter Zion handelt, die Kindsnöte leidet und der offensichtlich eine Geburt verheißen ist. Es gibt zwar auch Stellen, in denen anderen Volksteilen oder fremden Völkern eine Angst wie einer Gebärerin vorhergesagt wird, aber diese finden nicht zum Glauben, sie werden nicht wiedergeboren. Die Wiedergeburt war und ist allein der Stadt Jerusalem vorbehalten. Kapitel 5.7.1.2 Iremia 6, Vers 22-25 So spricht der Herr, siehe, es kommt ein Volk von Norden, und ein großes Volk wird sich erheben vom Ende der Erde. Sie führen Bogen und Speer, sind grausam und ohne Erbarmen. Sie brausen daher wie ein ungestümes Meer und reiten auf Rossen, gerüstet als Kriegsleute gegen dich, du Tochter Zion. Wir haben von ihnen gehört und unsere Arme sind uns niedergesunken. Es ist uns Angst und Weh geworden wie einer Gebärenden. Niemand gehe hinaus auf den Acker, niemand gehe über Land, denn es ist Schrecken um und um vor dem Schwert des Feindes. Für diese Stelle gilt das Gleiche wie für die oben Beschriebenen. Ein Volk vom Norden, nämlich Babylon, erhebt sich gegen Zion, nicht gegen ganz Israel. Und es wird der Tochter Zion Angst wie einer Gebärenden. Kapitel 5.7.1.3 Jeremia 13, Vers 20-21 Hebt eure Augen auf und seht, wie sie von Norden daherkommen. Wo ist nun die Herde, die dir anbefohlen war? Deine herrliche Herde! Was willst du sagen, wenn er die über dich zum Haupt bestellen wird, die du als Freunde an dich gewöhnt hast? Was gilt's? Es wird dich Angst ankommen wie eine Frau in Kindsnöten. Auch diese Bibelstelle erhärtet unsere bisherige Sicht in Beziehung auf Zions Belagerung und ihre Geburtswehen. Kapitel 5.7.1.4 Jeremia 30 Und dies sind die Worte, die der Herr redete über Israel und Judah. So spricht der Herr. Wir hören ein Geschrei des Schreckens. Nur Furcht ist da und kein Friede. Forscht doch und seht, ob dort Männer gebären. Wie kommt es denn, dass ich sehe, wie alle Männer ihre Hände an die Hüften halten, wie Frauen in Kindsnöten und alle Angesichter so bleich sind? Wehe, es ist ein gewaltiger Tag und seinesgleichen ist nicht gewesen und es ist eine Zeit der Angst für Jakob, doch soll ihm daraus geholfen werden. Jeremia hatte diese Vision während der Belagerung der Stadt Jerusalem durch Nebukadnezar. Während dieser Belagerung sieht Jeremia die Männer mit ihren Händen auf ihren Hüften und mit Geburtswehen wie Frauen in Wehen. Die Angst der Einwohner der Stadt Jerusalems vergleicht die Bibel mit den Geburtswehen einer Frau. Kapitel 5.7.1.5 Jeremia 49 Vers 20-22 So hört nun den Ratschluss des Herrn, den er über Edom gefasst hat und seine Gedanken, die er über die Einwohner von Teman hat. Was gilt's? Wird man sie nicht fortschleifen mit den Geringsten ihrer Schafe? Werden ihretwegen nicht ihre Auen veröden? Vom Krachen ihres Sturzes erbebt die Erde und ihr Geschrei wird man am Schilfmeer hören. Siehe, er fliegt herauf wie ein Adler und breitet seine Flügel aus über Botsra. Zu der Zeit wird das Herz der Helden in Edom sein wie das Herz einer Frau in Kindsnöten. Das ist eine interessante Bibelstelle, denn offensichtlich wird das Herz der Helden in Edom sein wie das Herz einer Frau in Kindsnöten. Allerdings steht hier nichts davon, dass Edom zum Glauben findet. Und es mag durchaus sein, dass Edom hier eine Umschreibung für das abgefallene Israel bzw. Judah und Jerusalem ist. Listen wir noch weitere Stellen aus Jeremia auf, die von Wehen handeln. Kapitel 5.7.1.6 Jeremia 49 Vers 23-24 Wieder Damaskus Hamad und Arpad sind zu Schanden geworden. Sie sind verzagt, denn sie hören ein böses Gerücht. Ihr Herz bebt vor Sorge. Sie sind so erschrocken, dass sie nicht Ruhe finden können. Damaskus ist verzagt und wendet sich zur Flucht. Es zittert und ist in Ängsten und Schmerzen wie eine Frau in Kindsnöten. Auch Damaskus als Hauptstadt von Syrien erzittert, wenn es von der herannahenden Gefahr durch den Belagerer hören wird wie eine Frau in Kindsnöten. Aber die Geburt am Ende der Gemeindezeit ist allein der Stadt Jerusalem vorbehalten. Kapitel 5.7.1.7 Mischar 4 Vers 6 Und folgende Zur selben Zeit spricht der Herr will ich die Lamen sammeln und die Verstoßenen zusammenbringen und die ich geplagt habe. Und ich will den Lamen geben, dass sie viele Erben haben und will die Verstoßenen zum großen Volk machen. Und der Herr wird König über sie sein auf dem Berge Zion von nun an bis in Ewigkeit. Und du, Turm der Herde, du Feste der Tochter Zion, zu dir wird kommen und wiederkehren die frühere Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem. Warum schreist du denn jetzt so laut? Ist kein König bei dir? Und sind deine Ratgeber alle hinweg, dass dich die Wehen erfassen wie eine in Kindsnöten? Leide doch solche Wehen und stöhne, du Tochter Zion, wie eine in Kindsnöten, denn du musst zwar zur Stadt hinaus und auf dem Felde wohnen und nach Babel kommen, aber von dort wirst du wieder errettet werden. Dort wird dich der Herr erlösen von deinen Feinden. Nun aber werden sich viele Heiden wieder dich zusammenrotten und sprechen, sie ist dahingegeben, wir wollen auf Zion herabsehen. Aber sie wissen des Herrn Gedanken nicht und kennen seinen Ratschlag nicht, dass er sie zusammengebracht hat wie Garben auf der Tenne. Darum mache dich auf und trich, du Tochter Zion, denn ich will dir eiserne Hörner und eherne Klauen machen, und du sollst viele Völker zermalmen und ihr Gut dem Herrn weihen und ihre Habe dem Herrscher der ganzen Welt. Aber nun zerraufe und zerkratze dich, denn man wird uns belagern und den Richter Israels mit der Rute auf die Backe schlagen. Auch der Prophet Misha schreibt also über Jerusalem oder genauer gesagt über die Tochter Zion, die in Kindsnöte kommt. Hier sind viele Ereignisse ineinander verwoben. Vorerst soll genügen, dass auch der Prophet Misha im Zusammenhang mit der Belagerung Jerusalems die Geburt erwähnt, und das nicht nur einmal. Kapitel 5.7.1.8 Misha 5 Vers 2 Indes lässt er sie, also Zion, plagen bis auf die Zeit, dass die so gebären soll, geboren habe. Da werden dann die übrigen seiner Brüder wiederkommen zu den Kindern Israel. Auch im Kapitel 5 wiederholt Misha die Aussage, dass Zion nicht nur Wehen haben wird, sondern auch gebären wird. Kapitel 5.7.1.9 Jesaja 13 Vers 6-8 Heulet denn des Herrn Tag ist nahe. Er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Darum werden alle Hände schlaff und aller Menschen Herz wird feige sein. Schrecken, Angst und Schmerzen wird sie ankommen und es wird ihnen bange sein wie einer Gebärenden. Einer wird sich vor dem anderen entsetzen. Feuerrot werden ihre Angesichter sein. Kapitel 5.7.1.10 Jesaja 21 Vers 2 folgende Mir ist eine harte Offenbarung angezeigt. Der Räuber raubt und der Verwüster verwüstet. Elam zieh herauf, Medien belagere. Ich will allem Seufzen ein Ende machen. Darum sind meine Lenden voll Schmerzen und Angst hat mich ergriffen wie eine Gebärende. Ich krümme mich, wenn ich's höre und erschrecke, wenn ich's sehe. Kapitel 5.7.1.11 Jesaja 26 Vers 16 Herr, wenn Trübsal da ist, so suchen wir dich. Wenn du uns züchtigst, sind wir in Angst und Bedrängnis. Gleich wie eine Schwangere, wenn sie bald gebären soll, sich ängstet und schreit in Schmerzen, so geht's uns auch, Herr, vor deinem Angesicht. Wir sind auch schwanger und uns ist bange und wenn wir gebären, so ist's Wind. Wir können dem Lande nicht helfen und Bewohner des Erdkreises können nicht geboren werden. Kapitel 5.7.1.12 Jeremia 50 Vers 42 folgende Die haben Bogen und Speer. Sie sind grausam und unbarmherzig. Ihr Geschrei ist wie das Brausen des Meeres. Sie reiten auf Rossen, gerüstet als Kriegsleute gegen dich, du Tochter Babel. Wenn der König von Babel die Kunde von ihnen hören wird, so werden ihm die Hände niedersinken, ihm wird so Angst und Bange werden wie einer Frau in Kindsnöten. Vordergründig geht es hier um Babylon, das zerstört werden soll. Da aber alle anderen Bibelstellen ausschließlich von Jerusalem sprechen, das in Wehen kommen soll, ist es naheliegend, dass auch hier Jerusalem gemeint ist, auch wenn es als Babylon beschrieben wird. Es erinnert an die Hure Babylon aus der Offenbarung, über die Johannes staunt, weil er nicht erwartet hätte, dass Jerusalem selbst zu Hure geworden ist, wie in Jesaja 1 Vers 21 steht, Ach, wie ist zur Hure geworden die treue Stadt, sie war voll Recht, Gerechtigkeit wohnte darin, nun aber Mörder. Kapitel 5.7.1.13 Jesaja 7 Vers 10 Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Aber Ahas sprach, ich will es nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Da sprach Jesaja, wohl an, so hört ihr vom Hause David, ist es euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht, müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Wie konnte das Gebären einer Jungfrau ein Zeichen für Ahas sein zu seiner Zeit? Diese Passage wird im Buch detailliert erläutert und dann auch verständlich. Aber wir sehen bereits, dass weitere Bibelstellen in prophetischer Hinsicht von Schwangerschaft und Geburtsfehen sprechen. Kapitel 5.1.14 Jesaja 8 Vers 1 und folgende Und der Herr sprach zu mir, Nimm dir eine große Tafel und schreib darauf mit deutlicher Schrift Raube bald Eilebeute. Und ich nahm mir zwei treue Zeugen, den Priester Uriah und Sechaja, den Sohn Iberechias. Und ich ging zu der Prophetin, die ward schwanger und gebar einen Sohn. Und der Herr sprach zu mir, Nenne ihn Raube bald Eilebeute. Denn ehe der Knabe rufen kann, Lieber Vater, liebe Mutter, soll die Macht von Damaskus und die Beute aus Samaria weggenommen werden durch den König von Assyrien. Jesaja hat also auch in ganz persönlicher Hinsicht Schwangerschaft und Geburt in seiner Familie durch die Geburt seiner beiden Söhne erlebt. Hier raube bald Eilebeute und an anderer Stelle ein Überrest wird umkehren und nimmt dies in seine prophetischen Aussagen auf. Kapitel 5.7.1.15 Jesaja 54 Vers 1 Rühme du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Freue dich mit Rühmen und Jauchze, die du nicht schwanger bist. Andere übersetzen, die du keine Geburtswehen leidest. Denn die Einsame hat mehr Kinder, als die den Mann hat, spricht der Herr. Paulus zitiert diesen Vers in Galater 4 Vers 27 und legt ihn so aus, dass das himmlische Jerusalem die Mutter aller Heidenchristen ist. Jesaja schreibt hier in Kapitel 54, also von der neutestamentlichen Gemeinde. Kapitel 5.7.2 Die Frauen der Erzväter Darüber hinaus wird immer wieder berichtet, dass die Frauen der Erzväter entweder unfruchtbar waren und oder erst in hohem Alter ein Kind gebären, wie zum Beispiel Sarah, Abrahams Frau. Dies sind ebenfalls Bilder auf die Tochter Zion, die bereits weit über die Jahre hinaus ist und dennoch ganz unerwartet für uns alle in ihrem hohen Alter von 2000 Jahren noch ein Kind der Verheißung gebiert. Hierzu ein kleiner Exkurs. Ist Ihnen aufgefallen, dass keiner der Erstgeborenen der Erzväter den Segen ererbt hat? Immer war es der Zweitgeborene, der den Segen erbte. Statt Ismael war es Isaac. Statt Esau war es Jakob. Statt Manasse war es Ephraim. Und statt Israel ist es die Gemeinde. Statt altem Bund ist es der neue Bund. Was für ein wunderbares Wort Gottes. Kapitel 5.7.3 Neues Testament Auch im Neuen Testament werden immer wieder gleichnishafte Anspielungen auf das Geheimnis der Wiedergeburt gemacht. Kapitel 5.7.3.1 Matthäus 24 Vers 8 Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Kapitel 5.7.3.2 Markus 13 Vers 8 Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Erdbeben geschehen hier und dort. Es werden Hungersnöte sein. Das ist der Anfang der Wehen. Jesus spricht in seinen Endzeitreden also auch von Wehen. Dies geschieht ebenfalls im Zusammenhang mit der Belagerung der Stadt Jerusalem. Das ist insbesondere deshalb wichtig, weil die Kapitel in Markus 24 und 25 sowie die Parallelstellen in den Evangelien, die die Endzeitrede Jesu enthalten, ein sehr wichtiger Maßstab dafür sind, ob das, was wir gefunden haben, den biblischen Aussagen und insbesondere den Aussagen unseres Herrn Jesus Christus entspricht und standhält. Das können wir nun also guten Gewissens feststellen. Kapitel 5.7.3.3 Römer 8, Vers 22 Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. So übersetzt die Luther-Übersetzung aus 1984. Die Schlachterbibel aus dem Jahr 2000 übersetzt so Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit seufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Die ganze jetzige Schöpfung liegt in Geburtswehen, bis die Kinder Gottes zur Wiedergeburt gekommen sind. Und auch sie selbst, die Schöpfung, wird befreit werden von der Knechtschaft der Sterblichkeit. Hierüber wäre vieles zu sagen, was aber jetzt unseren Rahmen sprengen würde. Zumindest kann festgestellt werden, dass die Wiedergeburt ursprünglich allein der Stadt Jerusalem vorbehalten war. Weil Zion aber seinen Heiland ablehnte und verwarf, ging diese Verheißung von Jerusalem weg und zu allen Menschen in der Welt. Das war insbesondere die Erkenntnis des Apostels Paulus, dem diese Offenbarung vor 2000 Jahren von Gott geschenkt war. Die Hoffnung der Wiedergeburt und der Zugehörigkeit zu Jesus Christus gilt jedem, der glaubt, selbst wenn er nicht aus Israel stammt. So wird auch die Stelle in Römer 8, Vers 22 plötzlich für uns sehr interessant. Nachvollziehbar und verständlich bezüglich der Heilsgeschichte. Außerdem dürfen wir vermuten, dass auch Paulus von der Wiedergeburt der Stadt Jerusalem wusste, sonst hätte er diesen Vers in Römer 8, Vers 22 so nicht formuliert. Kapitel 5.7.3.4 1. Korinther 15, Vers 3-8 Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Paulus hatte als letzter den auferstandenen Herrn gesehen und er beschreibt sich hier als eine unzeitige Geburt, eine Geburt zur falschen Zeit. Aber warum wählt er diese Formulierung? Das war doch die Zeit, in der jeder zum Glauben und zur Wiedergeburt kommen sollte, oder? Aber Paulus wusste von der Verheißung der Wiedergeburt für Jerusalem. Zu Pfingsten vor 2000 Jahren, als zum ersten Mal Wiedergeburt für Jerusalem verheißen war, war Paulus nicht anwesend oder zumindest kam er damals nicht zum Glauben. Die zweite Wiedergeburt der Tochter Zion wird hingegen am Ende der Gemeindezeit stattfinden. Aber dann wird Paulus schon im Himmel sein. Somit war er zu den beiden verheißenen Zeitpunkten der Wiedergeburt Jerusalems nicht bereit. Das ist der Grund, warum er sich hier als eine unzeitige Geburt oder eine Geburt zur falschen Zeit beschreibt. Scofield merkt zu der Stelle an, unzeitig oder vor der Zeit, griechisch toektromati, das heißt vorzeitig. Paulus denkt hier an sich selbst als einen Israeliten, dessen Zeit, wiedergeboren zu werden, im nationalen Sinn noch nicht gekommen war. Aller Wahrscheinlichkeit nach meinte Paulus hier nicht die sogenannte nationale Wiedergeburt Israels, die übrigens in der Bibel so gar nicht zu finden ist. Paulus wusste vielmehr das, was Nicodemus verborgen war. Und er wusste noch einiges mehr, weshalb er in 1. Gründer 4, Vers 1 schreibt, dafür halte uns jedermann für Christi Diener und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Kapitel 5.7.3.5 Galater 4, Vers 26 und folgende Aber dass Jerusalem das Drogen ist, das ist die Freie, die ist unser aller Mutter. Denn es steht geschrieben, Jesaja 54, Vers 1 Sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat. Paulus schreibt hier, dass es zwei Jerusalems gibt, ein irdisches und ein himmlisches. Das himmlische Jerusalem wird von dem irdischen Jerusalem dadurch unterschieden, dass das himmlische keine Geburtswehen erleidet. Es leidet deswegen keine Geburtswehen, weil das himmlische Jerusalem nicht belagert werden kann. Ist es nicht erstaunlich, wie viele Bibelstellen plötzlich verständlich werden? Sie liegen nunmehr geradezu offen vor unseren Augen. Und Paulus wusste das alles schon damals. Erstaunlich. Dennoch muss das irdische Jerusalem offensichtlich noch durch diese Geburtsschmerzen hindurch, so sagt uns Paulus in diesen Versen. Aber die Unfruchtbare, die bislang nicht geboren hat, die hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat. Das bedeutet, dass das geistliche Jerusalem, das droben im Himmel ist, viel mehr Kinder hat, als das irdische Jerusalem. Also hat das Neue Testament durch seine weltweite Verbreitung viel mehr Frucht gebracht und viel mehr Gläubige geboren, als der alte Bund Nachfolger hatte. Auf diese Weise, sagt Paulus andernorts, soll Israel eifersüchtig gemacht werden und sich auch zu Jesus Christus bekehren. Und Jerusalem, die Stadt des großen Königs, wird das am Ende der Gemeindezeit tatsächlich noch tun. Kapitel 5.7.3.6 1. Thessalonischer 5, Vers 3 Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Diese Stelle redet von der Endzeit. Es wird ein trügerischer Friede sein, aber unerwartet wird sie das Verderben überfallen, gleich wie der Schmerz eine schwangere Frau. Was meint Paulus damit? Im Zusammenhang dessen, was wir bisher aus dem Alten Testament gefunden haben, dürfen wir sagen, dass sie die Stadt Jerusalem ist und dass die Stadt angegriffen und belagert werden wird und die Angst der Belagerung mit den Wehen einer Schwangeren bei der Geburt verglichen wird. So bekommen wir nun also mehr Licht, als der Bibeltext in Johannes 3 uns das vielleicht bislang vermuten ließ, da wir an anderer Stelle tiefer in Gottes Wort gegraben haben, als wir das sonst tun. Vergessen wir nicht, dass Paulus von den Wehen der schwangeren Frau an die Thessalonicher schrieb und dass er sie damit an das erinnerte, was er sie in der kurzen Zeit, die er bei ihnen war, gelehrt hatte. Er muss also in den drei Wochen, in denen er bei den Thessalonichern war, mit ihnen über die Wiedergeburt Jerusalems gesprochen haben. Denn er schreibt in 1. Thessalonicher 5, Vers 1-3 Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Wenn Paulus schreibt, dass es nicht notwendig sei, den Thessalonichern von den Zeiten und Stunden zu schreiben, dann mussten sie in den Dingen sehr gut unterwiesen sein. Die Thessalonicher waren eine Heidengemeinde. Offensichtlich war Paulus dieses Wissen über die Wiedergeburt so wichtig, dass er die Thessalonicher in dieses Wissen eingeweiht hat. Vergessen wir nicht, zu diesem Zeitpunkt war das Johannesevangelium mit zum Beispiel den Begebenheiten aus Johannes 3, also dem Nachtgespräch zwischen Nikodemus und Jesus, noch nicht geschrieben. Paulus hatte also lediglich das Alte Testament zur Verfügung und hatte trotzdem diese Kenntnisse. Hätte also Jesus mit Paulus das gleiche Gespräch geführt wie mit Nikodemus, dann hätte Paulus nicht wie Nikodemus geantwortet, sondern er hätte genau gewusst, worauf Jesus anspielt. Vielleicht wird uns jetzt klarer, was es bedeutet, wenn Paulus sagt, dass er bis in den dritten Himmel entrückt war und unaussprechliche Worte gehört hat, die keinem Menschen zustehen, zu sagen. Was mag Paulus sonst noch alles gewusst haben? Zumindest merken wir jetzt, dass auch unser Wissen langsam zunimmt und wir Bibelstellen einordnen und verstehen können, die bislang dunkel oder kaum verständlich waren. Kapitel 5.3.7.1 Offenbarung 12 Vers 1-2 Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Um diese Bibelstelle komplett auszuleuchten, müssen wir erst noch andere Dinge wissen. Aber die Verse in Offenbarung 12 werden in einem der kommenden Kapitel dieses Buches noch ausführlich behandelt werden. Untertitelung 12